Hallo, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man hier was auspacht. Und zwar ist es da und ich packe das schon mal aus und ich packe das hier mal aus und zwar jetzt hier, da ist es ja schon fertig, ich packe das hier aus und wie gesagt, hat das sofort, gibt es das nächste Anboxing. So, ähm, mal gucken, ich reiß das Ding mal auf. Meine Güte, das ist aber richtig, richtig, richtig Arbeit gesessen, sag ich, der ist es richtig Arbeit gesessen, sieht man das Ganze auch. Aber, äh, ja, weiter zu fort, weil hier... Auspacken, Leute. Also der hat das richtig gegreift, hat das richtig innen, meine Meinung, richtig die Kraft weggenommen hier. Ich hoffe, ich brauche gleich mal eine Schere oder so. Muss ich mal kurz, oder mach mal einen Cut. Was ist denn los mit dem Ständer los? Meine Herren, soll nicht so einfach sein. Meine Güte. Ich packe das mal aus hier und wie gesagt, ähm, Moment mal. So, besser. So, besser. Nur, ich glaube, muss besser sein. Oh, dieser Stativ, ich hasse ihn nicht. So, muss jetzt besser laufen. So, dann... Wenn ich jetzt mal durchgreifen. Ihr merkt auch ganz im Video von mir, dass ich jetzt hier Anmacht hier mache, wo du raus packe. Das ist wieder eine Produktplatzierung. So, wir haben ein gutes Ding gekauft. So, da haben wir uns die Verpackung, und zwar die Verpackung, sieht man hier. Dann machen wir auch hier die ganzen Käse. Gleißer hier. Und da, äh, da hat man diese gute Teil, und da ist das Produkt. Also, das sieht auch gefälscht aus, aber ich... Ist das auch egal. Ich hoffe, dass es ein geiles Headset, muss ich sagen. Da packen wir es schon mal raus. Das ist dann schon die alte. Ah, was steht denn da? Ist der drinnen. Da steht... Okay, deutsch, oder was chinesisch draufsteht. Da steht... Meter vierzig... Herz... Okay, aber... Das ist nur zum Aufsetzen, wenn ich das habe. Weil, ähm... Da kommt auch noch ein Video, wie ich das andere Köpfe scheiße fühle. So. Aber... So. Ähm... Da sehen wir das ganze Verpackung. Und zwar von der... Von der Verpackung, äh... Erstmal muss ich gleich mal anfassen, gleich mal anziehen. Ich glaube, die ziehe ich auch gleich mal an. Aber die Headset, weil... Ich brauche mal was gucken. Da kann ich mal ein Gewicht testen, ob er kein Gewichtverlust hat. Dann zieht man diese Dinger ab. Das sind einfach Sicherheit. Aber dafür brauche ich persönlich... Was ist das denn hier? Äh... Das ist hier... Das ist zum, äh... Ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, zum... Ich glaube, Mikrofon, glaube. Und glaube, das ist hier zum Anstecken. Great. Natürlich auch, äh... Da braucht man noch dieses Käse aus. Die ist ein Käse. Sag ich auch noch. Meine Herren, hast du... Heute war er richtig in die Kasse gewesen. Naja. Da hab ich Kraft, ey. Aber Leute, die lieb ist. Weg den Käse. Weg den Käse. Weg von Internet. So, weg. Alles weg. Diese Leute, ich hab Kraft in die Hände. Ich hab in die Kraft. Ich hab Kraft. So, weg. Schön nackig machen hier. Und hier sieht das schöne Teil aus. Und zwar hier, ähm... Sehen wir hier im Hintergrund. Der schöne blaue Button. Und zwar... Ja. Ich hatte fast festgestellt, dass mein Kopf nicht drauf passt. Und dann, ähm... Im Laufe der Zeit, nein, äh... Kann man es hier verstellen. Und zwar, man verstellt das hier. Wenn man zum Beispiel passt... Hier ist ein Mikrofon. Hier ist so ein... Mikrofon hier. Dass jeder Gamer... Ein Gamer ist. Ja, ja. Gamer, Gamer. Jetzt hab ich irgendwo... Schaut mal hin. Jetzt haben wir hier verpasst und gleich mal. Es passt. Es passt. Und ich hab jetzt keine Probleme damit. Ich hör nur den Sound. Und ich hab nur mein Mikrofon. Weil ihr wisst doch, dass ich mit Mikrofon damit auch Töne aufnehmen kann. Und hier, passt mal auf Leute. Hier ist natürlich die Laut...